Am letzten Oktoberwochenende 2024 lud die Musikschule des Landkreises Mansfeld-Süthorz zu Herbstkonzerten ein. Einmal am 25. Oktober im alten Schloss Sangerhausen und einmal am 26. Oktober in der Hettstädter Gangolfkirche. In der Kufferstadt waren wir mit der Kamera dabei. Sehen Sie nun einige Ausschnitte aus dem Konzert. Musik 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 Amen. 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 Amen.